Hallo zurück, weiter geht's mit Warcraft 3, die Kampagne der Orks und wir haben, wie ich das sehe, Wreckage of Laudaron, ein kleines Interlude, ein kleines Zwischendings. Meanwhile, back in Laudaron, the burning legion commences its invasion. Ach je, sind wir noch dabei. Held, Mighty Manoroth. How goes the invasion? Bah, these frail humans offer no real resistance. Then the scourge did its job well, unlike some others I could name. Do not mock me, Dreadlord. I am aware of the Orks' failure. When I find them, I will discipline them myself. Yes, actually, that's why I've come. I thought you might like to know that the Orks are no longer here. What? Are you certain? Certain as ever, Manoroth. My agents, at least, are always dependable. They tell me that the Orks have landed on Kalimdor. Kalimdor? But what could they be? Bah, the Orks are mine by right, and I will claim them wherever they choose to run. Okay, also dieser nette Herr Manoroth, dieser Pitlord, der hat wohl den Auftrag bekommen, die Orks irgendwie auf seine Seite zu ziehen oder irgendwie. Und jetzt hat er's wohl nicht geschafft, weil sie abgehauen sind? Okay. Okay, Chapter 3, Cry of the Warsong. 5 Tage später, near the footage of the Stone-Talon Mountains. Die Stone-Talon Mountains. War-Chief, we've been trudging through this wasteland for a week with nothing to fight but Centaurs and Pigmen. We need real enemies to test our metal. Yes, Boredom and the beating sun have put us all on edge. But we must push on. All will be made clear once we meet the Oracle. As you say, War-Chief. Hm, wir haben hier Peasants dabei. Also das sind... Was? Loktar-Warriors! Hellscream needs help! Wretched Orks! How dare you follow us to this land? Save your breath, human! You needed to scream when I start tearing off your limbs. Ich kann nicht mal mit, danke, genau. Wir können hier... Wir können eigentlich schon mal anfangen hier mit, äh, Great Ball? Cool, wir können hier noch eine mehrere bauen. Wenn auch so eine mehrere bauen. Ja. Um... 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 Uh, Baroks, uh, Baroks, uh, Baroks, uh, Baroks. Um... Um... Grom, what was this about? And how the hell did these humans get here anyway? Same way we did, little brother. Apparently a frail girl named Proudmoore leads them. Her forces have cordoned off the pass that leads to the north. Hm, naja, wir müssen es durch die Vergangenheit, um sie zu schützen. Ich sende unsere Hörner, um die Umgebung zu schützen, während wir eine Basis bestätigen. Bis dahin sind die Menschen nicht getestet worden. Was auch immer du sagst, Warchief. Hm, ich kann das. Arbeit ist fertig. Was willst du? Ich bin auch glücklich. Kann ich das hier irgendwie nachschauen? Ja. Tromps in Devor. Ah, die können verschlucken. Devor. Hm, gump. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, stell dir vor. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, und so, äh... Hallo? Baut sich das ganze Zeug hier mal. Was ist da oben eigentlich noch, wie ein fetter Drache oder sowas? Hm. Hier ist einfach nichts. Na gut. Wir sind fertig. Hm? Ah ja... Wir waren sich langsam vor. Was ist denn da los? Oh Gott, Abo, langsam. Kann ich denn die Spiegel spielen? Hm, nee, nee. Er ist ein Plus? Minus? Plus? Nee, das ging glaub ich im normalen Spiel nicht. Online geht das? Oder halt, was ist online im Geblänking? Geblänking? Geblänkel? Was willst du? Wir können es nicht. So. Hey, Bossman. Wir haben mehrere menschliche Erkampfungen nahe. Wo ist der? Es ist auch ein Goblin-Laboratory. Einfach. Einfach. Interessant. Wenn wir die Goblin-Laboratory erreichen können, können wir ihre Zeppelins bewerben, um uns über den Pass zu fliegen. Bereit zu arbeiten. Das ist auch Lucy Pillage. Das ist immer so eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Egal, auf was die draufkloppen, das gibt es nämlich dann an Gebäuden, glaube ich, ne? Bereit zu arbeiten. Gains Resources, genau. Sobald ich die gebägliche Gebäude ankloppe, kriege ich Kohle und Holz. Das finde ich sehr praktisch, muss ich sagen. Ich kann das machen. Kann ich mal hinterher schicken. Sag ich das hier? Ach. Ich kann es nicht mehr wohnen. Aha. Aber die Menschen müssen sie schlauert werden. Warchief, der Warsong-Klan attackt die Menschen, obwohl sie ihre Verordnungen sind. Warchief, es gibt nichts mehr zu tun, aber kämpft. Tiefen unsere Gefangenen. Ich werde später mit der Hellschreie sprechen. Ich bin. Warchief, der Warsong-Klan attackt die Menschen, die sie schlauert werden. Wir haben unsere Farbe ankloppen, die sie schlauert werden. Unsere Alliös-Heroe wurde schlauert. Wir sind fertig. Bereit, um uns zu arbeiten. Okidoki. Okidoki. Sei glücklich. Wir brauchen mehr Gold. Wir müssen genug sein, die in die Mine reinlatschen auf die Entfernung. Lokrigan, Lokrigan. Für Honour. Was willst du? Die Spirits sind in der Höhe des Herrn. Lokrigan, Lokrigan. Ich bin der Herr. Die Spirits sind in der Höhe des Herrn. 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 In dem Fall. Okidoki. Mein Leben für die Horde. Hm? Work, work. Ich bin glücklich. Wir brauchen mehr Gold. Ich bin der Krieger. Mein Leben für die Herr. Wahrscheinlich bin ich noch gar nicht, von der Kampagne, gar nicht vom Tag Level her hoch genug, dass ich da irgendwie was gescheitert hätte. Was ist das mit dir? Lokrigan, Lokrigan. Lass uns gehen wir mit uns. Wenig... ich bin ja nicht bei frozen throne ist es noch frozen throne doch schon frozen throne das kommt übrigens dann auch noch danach also wenn dann die ganze packung das kann jetzt eine weitere weiter jetzt sind wir hier zehn jahre später war so ein klan ist 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 eigentlich nicht unbedingt er muss nicht Ihr könnt auch einfach hier stehen bleiben und einfach warten, ne? Für euch Zuschauer ist es ein bisschen langweilig, aber... So, ich werde mal nicht über... Oh, das ist schon fast weg. Aber ich kann auch keine Katapulte bauen, schätze ich, ne? Nichts, was ihr tun solltet? Ich kann das tun. Wir brauchen mehr Gold. Das kostet alles so viel bei den Orks. Das war ja bei den anderen Rassen nicht so schlimm. Mein Leben für den Lord. Ich bin der Warchief. So, hab ich alle? So, Junge, wenn er jetzt nichts mehr losrennt... Und, äh, hier, Bützel-Bützel. Dann, b-b-b-b-b. Ich bin der Warchief. Ich bin der Warchief. Das ist echt sehr, 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 sehr nervig. Kommen wir nicht hier wobei? Vielleicht. Die Spirits sind schuldig. Ah, da ist er. Jetzt müssen wir gucken, wann er losrennt. Let's get on with it. Die Spirits sind schuldig. So, und den Rest von der Kohle stecke ich mal in Upgrades. Komm, Krom. Oh Gott, es reimt sich. Komm, Krom. Pom, 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 pom. Ach, hinne, ich will hier nicht so lange rumwarten. Ja, so, Hitpoint Regulation Rate. Ach, das ist immer sehr praktisch. Warmill haben wir. Ich bin der Warchief. Komm, es sind genug Leute da. Geht doch. Wohin soll es gehen? Mhm. Ach, ist da auch noch ein... Ach, Gott, wie viel. Wir sind unter einem Schiff. Let's get on with it. Für Honour. Schau, regard. So, ich hoffe, dass meine Basis so lange nicht angegriffen wird. Das wäre äußerst ungünstig. Let's get on with it. Schau, wie viel. Schau, wie viel. Schau, wie viel. Das war's. das war ein feuerer furcht ein voller erfolge ich sagen noch zwei davon dann machen wir noch einen hiervon und ein davon Das ist gar nicht cool, das ist wie nur das allerbeste. Oh, ich zurückholzeihe. Ja, Upgrades. Ah. Ich bin bereit, zu fahren. Das heißt, wir können einen mit drei Mal noch so ein. Oder halt. Wir wollen ein bisschen fahren. Ich bin bereit, zu fahren. Ich bin bereit, zu fahren. Ich bin bereit. 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 Na dann. Ich bin bereit. 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 Wir sind fertig. Ich bin der Warchief. Ich bin froh, dass ich komplett studieren kann. Wo willst du mich gehen? Lass uns mit dem weitergehen. Ich bin der Warchief. Warchief. Ja. Okidoki. Ich kann das machen. Ich kann das nicht arbeiten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ist der jetzt auch schon wieder fit? Ja, der ist auch schon wieder fit. Das freut mich. Irgendeiner, der... Was willst du mich machen? Oh, wir sind komplett. Wir sind komplett. Wir sind komplett. Lass uns mit dem weitergehen. Die Spirits sind wachlos. Was willst du? Zack. 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 Jetzt habe ich aber hier... Jetzt geht es dieses Mal hin. Ich bin bereit. Ich bin der Warchief. Ich bin der Warchief. Die Spirits sind wachlos. Sie sind in die Zeit. Warchief. Sie sind in die Zeit. Die Spirits sind in die Zeit. Sie sind in die Zeit. Sie sind in die Zeit. Heとう! Für Mutlu ... Wer ich bin. He eicht die Gäste. Ich habe ihn leider nicht. Oh man, das stimmt, Perché eines hier. ich habe ich noch nie das ist auch schon so langsam ach ja Ja, wenn wir schon so schön bereit sind. Ja, der ist ja mutig. Ja, der hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir sind unter Attacken! Ich bin der Wunsch. Ich brauche etwas. Sag die Wunsch. Ich brauche Gott, du kommst. Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Kohle haben eigentlich genug, oder? Ja. Machen wir noch ein bisschen was. Ich bin der Wunsch. Ja. 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 Ja, fröhliches Brandschatzen und Niederbrennen und bla. Und kaum geht's schon wieder nach Hause. Wir feiern. Wir feiern. Was ist denn? Der hier? Ach du. Bis 70 kann ich hier einladen. Was wollen wir? Die Spiriten sind wundervoll. So, in diesem Fall, machen wir jetzt glatt. Oder, latschen wir gleich hoch. Ach, ich würde sagen, wir latschen gleich hoch. Ich bin der Warchief. Latschen wir gleich hoch. Latschen wir gleich hoch. Diese Totems. Was ist das hier? Ach. Lugrega? Ja, ja. Ja, ja. Klar, es ist ein Trigger. Klar, es ist ein Trigger. Äh. Aber der ist, wie er geht nach diesem Moment. Tatsache. Hier auch. Drecksack. Weiter. Tatsache, weiter. Ach, der schöne Ball ist kaputt. Na ja, ich hab gepokert. Hier genauso. So. Ich verändle es dir. Ach, der zieht sich zurück. Wie schaffe ich das? Ich will den nämlich nicht, bis der wieder gebaut ist. Ach, danke. Lugrega. Lugrega. Ready to work. For honor. What you want. I am. Lugrega. Lugrega. Yes. Juhl. Ja? Das ist mir sicherlich wieder aufbauen hier, das hätte ich auch nie parallel machen können, aber ich bin ja nicht so der super Mutter Tasker. 1100, jejeje. Eh, Däumchen hier. Oki doki. Däumchen. Da. Das kann ich hier oben wieder erwarten. Mit der Grube kann ich gerade weiterlatschen. Wir sind unter Attacken! Was wollen wir? Die Gäste sind unter Attacken. Die Gäste sind unter Attacken. Wir sind unter Attacken. Ja? Was habe ich getan? Der Wartner. Der Wartner. Der Wartner. Der Wartner. Das andere? Das Wartner. Der Wartner. Der Wartner. Das Wartner. Der Wartner. Der Wartner. Wir sind komplett. Ja. Ja. L'Ocre Gah, Nogarn. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Lass uns mit dem. L'Ocre Gah, Nogarn. Ich bin, wir sind auch der Wartner. Der Wartner. Ich bin nicht mit dem. Ich bin der Wartner. Ich bin der Wartner. Ich bin der Wartner. Ja, da kommt sie dann noch mal. So. Okay. Auf jeden Fall. So viel verloren. Ja. Ich bin hier im Lohr, ich guck an. Was macht der... Was macht der hier noch die restlichen Häuser weg oder wie? Aha. Muss man nicht verstehen. Ready to ride. Let's get on with it. Yes, Cheektan. Was ist da jetzt euer... Ah, so, das ist unser tolles Mainquest. Aber ich fürchte, wenn ich hier diese Harpiennester sehe, dass ich, äh... eher noch mal sowas hier brauche. Oh ja. So, jetzt habe ich drei Stück davon und die können netzen, das heißt, da kommen wir ganz gut zurecht. So, jetzt gibt es alles nur noch... Krippchen, Krippchen 2. Autobahn hier. Ich kann nichts mehr machen. Ja, oder... So, jetzt Abend… Payment zu sein, Schuhe. Oh ja. Schuhe. Aber die Grünen halt… Ja, haben wir die Grünen halt nicht besiegt. Ja. Kaum… kaum zu schaffen gewesen, haben wir schließlich 30% bekommen. Wow. Ich bin der Jur40. So, jetzt Solutions. Das ist mir das 2. Tsum Tsum. Ach, wir haben es doch. Wir haben Ressourcen ohne Ende. Schau, Ressourcen. Sag die Worte. Neugierst du etwas? Sie haben dich nur geholfen. Soll mir recht sein. Was war das denn? Die waren grün. Stimmt, ich glaube, die waren grün, die uns hier angegriffen haben. Von grün haben wir noch gar keine Helden gesehen. Bisher kam hier nur dieser... Der Fritz hier. Wir sind unter Attack. Na gut, ist mir egal. Ist mir für dich wurscht. Wo ihr jetzt hinlatscht. Wir sind unter Attack. Die sind aber hartnäckig. Äh, das verliere ich jetzt hier. Ist mir egal. Lass uns mit dem. Lass uns mit dem. Ist da alles so langsam. Oh, gute Leute. Ähm... Was willst du? Dogey dogey. Ich bin... der Krieger. Die Spirits sind schuldig. Ja. Ja, wusste ich es doch. Happy Queen. Happy Happy Queen. Ich bin... Ich bin... Ja, Jesus. Gott, Fries. Ja! Hm? Gott, Investerin. Lebigart, Lebigart. Ich bin der Warnschief. Nehmt etwas? Lass uns mit dem weg. Ich bin der Warnschief. Die Spirits sind schuldig. Was soll ich kaufen? Return to goblins. Ja, lach du nur. Gucken, ob die unten ankommen. Lass uns mit dem weggehen. 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 Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.